Ey, das sieht super aus. Herrlich. Oh, oh yeah. Ich fühl mich ein bisschen missbraucht hier. Willst du auch mal mich? Ja. Oh. Und der Steaker schaut zu. Das ist immer noch unter dem Ding. Warte. Bleib so. Da ist. Oh, was? Was? Wieso haben wir das denn abgekriegt? Vorsicht, Vorsicht. Oh, das Boot. Warum haben wir das denn abgekriegt? Du hast mir voll den Kopf geschossen. Nein, hab ich nicht. Außer dein Kopf hat auch immer einen Wasserkopf gekriegt. So ist es, Alter. Okay, ich gehe mal direkt zu Emil. Ejakulat. Und Dito. Können wir jetzt nicht auseinanderhalten, die Scheiße. Emil und Ejakulat. Oh ja, ich will nochmal gleich in den Heli einsteigen und mich um das Windrad kümmern. Okay. Willst du es endlich mal miterleben? Es ist ja krass, die Gegner gewinnen ja. Ja, geht so. Noch, noch, aber punktetechnisch sieht es sich gut aus, ne? Glaube ich. Ja, die Gegner gewinnen halt. Und wir nehmen gerade eh einen. Wobei, nein, wir nehmen doch nicht eh einen, weil hier mehr Gegner sind als ich. Als wir zwei. Ja, genau. Blech. Boah, da ist auch gerade alles, weißt du? Boote, Helikopter, alles. Alles? Ja, ich kann echt nur reinhalten. Kein Lipp da. Weil, nee, doch. Ist mit. Ich verstehe es nicht wahr. Nee, doch nicht. Nein, Alter. Wow, what, what, what? No, we do deep are you. Ah, scheiße ey. Der Heli ist ausgestiegen. Falls du hier bist. Nee, ich bin bei Dick. Einen hab ich. Warum? Tomtom ist tot. Oh nein. Tomtom? Tartan ist tot. Jetzt können wir doch gar nicht mehr navigieren, ey. Tartan ist tot. Willst du mit mir gehen? Vorsichtig. Hier sind zwei Leute. Hier ist einer. Ich bin tot. Ich auch. Alter ey, dass die einem immer in den Kopf schießen müssen. Das ist abgefahren. Ich schaff das nie, ne? Ich hab auch ganz selten Kopfschüsse, seltsamerweise. Das liegt aber meistens daran, dass die Leute haben eine... Die haben die Maus grundsätzlich höher. Das war ein Kreuz. Hm. Ist ja gar nicht so gut. Nee. So, ich nehm jetzt den... Den Doofen Heli und nimm da mal rüber. Bin bei dir drin. Achso. Bist du links? Rechts. Okay. Soll ich mich links hinsetzen? Ich kann... Nö. Ich bin da relativ... Verstehen Sie? Nö, dann äh... Feuer! Nee, hier auf das Ding. Das geht, glaub ich, damit nicht. Nee, das geht nicht. Nein, nein. Oh, Mann! Man muss hier richtig auf Objective spielen und so. Ist das schlecht? Was ist schlecht? Nur so zu kreisen? Nö, hier ist ja momentan niemand, glaub ich. Doch, da kommt ein Jet-Ski. Vorsicht! Okay. Die... Sind die... Oh! Sind die da mit? Äh, ja. Warte. Miss! Hüp! Plupp! Wie ist, wer ist da noch, unten? Keine Ahnung, das ist in eine andere Richtung gelaufen. Okay. Dora? Dann kommt ein Boot zu Dora, dann... Oh, ich bin raus. Okay. Ja. Oh shit, ich wollte noch ein bisschen weiter... Ältere... Ja, hey Bullets. Ähm... Abgefahren... Ähm... Ne, abgesehen davon, dass es Kackname ist. Abgefahren davon, dass es ein abgesehener Name ist. Ich wird wieder angegriffen. Ich bin bei Ege... Okay. Äh... Ich nicht? Ich seh dich nicht. Nein, 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 nein. Oh, so. Ist ja schön. Wie lange hat das immer dauert? Ey, dieser TomTom, ja? Ja. Der ist ja doof. Findest du? Der hat mich einfach so erschossen. Das ist ja blöd. Da ist jemand bei dir. Ne, ich weiß nicht. Ich beschieß ihn gerade. Das ist ja... Das ist so komisch. Der beschießt mich. Und noch einer da? Ja. Zwei da. Noch einer. Töt ihn. Ich bin tot. Oh, ja. Oh nein, jetzt hab ich's gar nicht... Ich glaub hier ist noch jemand... Ah... Der Jet. Der Jet, den finde ich ja mal auch zum Kotzen. Kann den nicht mal jemand runterholen? Ähm... Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Oh. Ja, super. Bei Ejakulat kann ich jetzt nicht spawnen. Kannst du spawnen bei mir? Hier gibt's Funk, ey. Nein. Oh, der Jet ist jetzt gerade bei ihm hier explodiert, glaub ich. Und wenn ich das richtig interpretiere, ist niemand bei Ejakulat. Oh. Oh, oh, nee. Shit, natürlich sind welche bei Ejakulat. Oh, Mann, ey. Alter, ey. Sofort tot. Das ist einfach nicht zu fassen. Das war zu spät. Kacke, ich hab unsere Nele geschrottet. Oh, Mann. Was ist denn los, ey? Nee. Nee, ich wollte erstecken. Nein. Oh. Warum? So, wer ist da? Basti ist da. Dann nehme ich doch mal mein Repair-Tool. Oh, das finde ich gut. Dann können wir mal hier einen Helikopter-Typ. Ja, mach das mal. Oh, Gott. Auf gut Glück, oder was? Auf gut Glück, oder was? Ja, 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 ja. Oh. Nee, 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 nee. Aber du mal... Was? Hast du ihn nicht getroffen? Doch, doch. Der Helikopter-Typ ist operiert in Norden. Komm, hier. Jetzt hör drauf. Hör drauf! Ist direkt neben uns! Ah! Nein! Ich bin... Ich bin zu reparieren bereit. Das gibt's doch nicht! Vorsicht, trifft. Ja. Wo ist denn der Heli? Warte. Nee, doch nicht. Die Heli sieht uns eigentlich die ganze Zeit an. Ich weiß es nicht. Ach, die Flugabwehr ist hier unter uns. Ist ja gut. Das ist natürlich voll ab. Dann verpisse ich mich einfach mal kurz. Ja. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Was denn? Alles gut. Welle. Welle. Aber ich sehe auch keine feindliche Einheit, muss ich sagen. Ja, in Richtung... Bernd. Oh, Jet! Vorsicht, mein Freund. Kommt der Helikopter? Ja. Kommt auch noch hier her, Vorsicht. Ja. Jetzt habe ich die Pumpe, glaube ich, nicht. Bitte, was? Achso, der... Zwei Helis. Ich wollte gerade sagen, Alter, was? Ja, ich muss... Das war nicht so einfach. Die sind noch ein Fußgänger? Ja, ich habe noch ein Heli. Ich habe nichts gegen Heli. Ich kann ihn Repair-Toulen. Nein, das ist natürlich genau der Heli. Jawoll! Ja, ich habe das auch so endlich lange Zeit gelassen, Alter. Nimmt er uns mit hier, der Mann? Ja. Einfach bei ihm einsteigen, oder? Ich kann nicht rappen. Ich bin auf dem unnützten Platz. kann dummerweise nicht wechseln ich steige aber aus dann kannst du ja auch sehr gut gleich reagiert und ratzpatz weggemacht vorsicht hinter den leuten wieso das noch einer ist noch einer ist noch einer der ist glaube ich tot aber das fände ich gut so haben wir angenommen sauber trotzdem sieht es gar nicht so gut aus für uns 265 35 weiß auch nicht oder so was schießt von hinten auf mich hier ist direkt direkt vor uns noch ein boot das läuft ja wohl gar nicht gib mir ein hit jawohl hat zwei leute getötet wie denn eigentlich mit der apg so mal ein paar motivierende worte hier was war alter die sniper von kam schaut aus das ist unglaublich das will ich jetzt glaube ich hinfahren und den messern okay die war daneben ich glaube ich will den messern ja dann fährt er mal da hinten und messer den nochmal naja den kann ich nicht messer der wird gleich abgeschossen worden glaube ich die leichen fliegen hier also die physik aber auch kaputt gemacht war ne das ist schon immer so das ist doch aber lustig ich finde es immer witzig wenn man jemanden erschießt und der plötzlich zehn meter weit weg fliegt mich entertaint sowas ich kann man ja aber auch voll leicht entertainen ne das stimmt nicht dafür muss man mir eigentlich immer erst brüste zeigen ja das ist voll einfach gerade für dich mal warum schießt man auf mich da steht ein boot da steht man die haben die wasserhoheit das ist voll zum kotzen die mit ihren fancy booten ich drehte jetzt hier rüber und dann schwimm ich halt zu cäsar das ist total egal schwimm ich halt zu cäsar alter was nicht und schwimm ich halt zu cäsar weißt du dann schwimm doch einfach mal zu cäsar genau dauert halt ein bisschen aber ich hab dir doch in den kopf geschossen du arschficker das habe ich an seinem gesicht gesehen du warst ein bisschen verzogen ja ich schicke gerne leute in den arsch es sollte vielleicht nicht über den punkt gehen hallo mein freund so wir sind vorne freunde so muss es weiter gehen wow 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 das ist ärgerlich hm hmm hmm Was? Oh mein Gott! Wann ist das passiert? Was? Ich wurde gerade mit einer Pumpgun erschossen und der Typ war nicht mal ansatzweise in der Position mich zu erschießen. Ich verstehe es nicht. Ich kann ihm ja leider auch nicht helfen. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. So senkrecht nach oben. Ich versuche jetzt gerade mal für dich ein bisschen dafür zu sorgen, dass das Ding da umfällt. Dankeschön. Ja, so bin ich. Na. Du bist dein Liebesmäus. Oh, ja. Ich krabbel gern mal in die Hose. Ich stehe gerade auf dem Hini. Nicht überfahren, mein Freund. Ja, ich stehe gerade auf dem Hini. Ist doch gut. Oh, das geht so. Geht so. Da da da. Da 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 da. Da da da. Da 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 git da du. Das ist ja ein boot. eine boot das hat mich auch gerade raus geschossen alter dieser diggy 1913 hat 33 kills ich möchte meinen das ist eine knd von 10 alter deine mutter hat eine kd von 10 ich war nicht so schlecht oder wenn meine mutter besser als ich zwei boote blöd fack lauf bei cesar ist glaube ich auch ein brot das richtig verhalten so viele aber man das ist alles ganz schön kacke hier drei boote schon das ist äußerst unangenehm was hier alles passiert ich komme am schnellsten zu dick deswegen glaube ich auch zu dick was habe ich denn da jetzt reingeschossen was war denn das jetzt schon wieder aber das ist unser boot ist gut kann ich jetzt hier mal rein sowieso gesagt dass ich zu dick soll deswegen oh hältst du dich daran was der squadmaster sagt oh so passt mir in den kram komm schon aber wie ich den nicht getroffen habe das ist ja wohl zum kotzen aber was willst du machen ne ich hab hier nur so eine mp oh hier ist ein spawnbag irgendwo nein na wo ist denn dieses spawnbag wow wer schießt ach von dort alter gibt's doch nicht tauch ist dieses boot noch immer da jetzt gibt es noch mal da ich hasse es anscheinbar hier sind ein zwei leute ach man wieso weißt du ich glaube ich weiß woran es liegt kann das sein wurde von diggi in von dem boot aus erschossen ja ja dann sitzt er halt den ganzen tag wieder mal in einem Boot. Das ist wieder mal so ein Bootenmensch. Ein Booter? So ein Bootenmensch. Oh, hier wollen wir uns ein paar Würstchen machen. Oh, wie cool. Ja. Ich finde, das sieht voll cool aus. Ich halte mein Würstchen raus. Bitte ein Stück. Kannst du dich einmal kurz davor stellen, bitte? Oh, das ist... Warte. Ey, das sieht super aus. Herrlich. Oh. Oh, yeah. Ich fühle mich ein bisschen missbraucht hier. Willst du auch mal mich? Ja. Oh. Und der Steaker schaut zu. So, ich nehme mir mal das Jetski hier. Ah, nee, kommt ein Fußgänger. Bin die Map? Oh, der war natürlich schneller als ich. Hass! Wie meine einzige Deckung eine Palme ist, die ich dann auch nicht erreiche, ist das ein bisschen blöd. Vorsicht, das sind zwei Leute. Ja, ich bin tot. Woaah! So much shit! It's fun to stay at the... Woaah! MCA! Ich bin wieder da eingestiegen. Ja, ich komme in dir drinnen. Der ist tot. Da ist noch mal eine direkte bei uns. Ja, ja, ich weiß, dass noch eine... In der Ruine ist noch eine rechte Seite. Okay. Ja. Scheint tot zu sein. Weiß nicht, ich sehe. Ja, ich habe Feuerschutzhilfe bekommen. Hier schießt aber noch was. Im Wald, im Wald. Ja. Zwei. Und von hinten, Alter. Ah! Mann, den muss ich dringend weg natzen wieder. Wo war der denn jetzt? Ah ja, Vorsicht vom Strand. Ah! Was, der ist nicht tot? Was ist nicht tot? Impossible. Da steht noch einer hinter der Kiste beim Strand. Jetzt geht er in die Ruine rein. Er ist tot. Okay. Das ist gut. Kommt noch einer. Oh mein Gott, dankeschön. Schießt noch jemand. Eine Ruine, glaube ich. Oh, das gibt es doch nicht. Da sind noch zwei. Einer ist tot. Ja, der andere ist... Ja, ja, ja. Zwei immer noch. Noch immer zwei. Nee, nee. Doch. Einer ist tot. Also zwei sind tot. Hier ist aber immer noch jemand. Sieht immer noch jemand. Was schießt? Okay, ich habe einen. Oh, Alter. Ist das ein gegnerisch, Hayley? Nee, unser. Im Wald. Vorsicht, im Wald. Okay, ich habe ihn. Sehr gut. Oh, immer noch im Wald. Ach da. Einer ist jetzt da. Sehr gut. Da ist noch einer. Irgendwo. Ja, da unten am Wasser. Oh, was soll das? Ist auch tot. Ich bin hier... Ich bin... Ah, ich bin tot. Von hinten kommt der andere. Ich glaube, von der... Ja, ich sehe ihn. Vorsicht vom Strand. Ich komme jetzt runtergerannt. Reds. Nein! Doch, ich bin so schlecht. Ist auch tot. Wir gewinnen gerade. Ja, weil wir hier den Punkt halten, wie sonst was. Weil wir coole Motherfucker sind. Die sind in der Ruine, sind die. Ja. Hayley. Fuck! Ich habe jetzt noch einen Köln gefickt. Ich bin mir nicht so... Das muss ich mir jetzt so... Falls ich den Köln bekommen habe, habe ich dann sehr viel den Heli getroffen. Das wäre natürlich... Das wäre krass. Aber ich glaube, das war nur mein... Wunschdenken. Ja, genau. Kenn ich. Jeden Abend. Ich auch. Ich stelle mir auch immer so viele Brüste vor. Oh. Ich habe die Brüste eines 14-jährigen Mädchens. Ich glaube, wir sollten uns dringend mal wieder treffen. Das ist ein bisschen freaky. Paedo. Ja. Paedo Creep. Ja. 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 Na ja.